Tolle Veranstaltung. Ich glaube, die ist ausgesprochen wichtig, dass wir die jetzt machen. Gerade als Sicht eines Kölner Ratsmitglied, also als kommunaler Vertreter, müssen wir das ja auch in vielen Dingen nachher konkret umsetzen. Wir haben da einiges vor in Köln. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ich denke, gerade in Essen werden wir darüber einiges sprechen, was fahrscheinlos bedeuten kann und in welchen kleineren Schritten wir da auch hinkommen können. Was wir bereits vor Ort für die Bürger bewirken können. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns vernetzen. Mein Name ist Thomas Hegenbart. Ich bin Kölner Ratsmitglied und Sprecher der Piratengruppe im Kölner Stadtrat.